Herzlich Willkommen zurück. Talk und ein Gast ist wieder dabei. Wir sind diesmal aus dem NDR-Studio und es ist okay. Also wo alles in dem NDR nicht mangelt, sind Monitore. Wir haben 15 Monitore. Ja, Radio Bremen, das könntest du auch haben. Nee, können sie nicht, weil sie kein Geld haben. Achso, ja. Stimmt, okay. Wir kommen alle zwei Wochen vor jetzt an. Alle zwei Wochen. Ja, alle zwei Wochen. Wir schaffen es sonst nicht anders. Aber wir sind hochmotiviert, oder Moritz? Till ist hochmotiviert. Ich bin hochmotiviert und Moritz ist auch dabei. Ist eigentlich wie immer. Bis dann, tschüss.